Wir wollen ab, so bleiben die Gegenstände, komm, ab, bitte, bitte, super schnell, bitte, gebt uns jetzt acht Leute, für euch, für euch. www.scheißboxer.shop Jetzt erhältlich Die Scheißboxerbox, erhältlich ab dem 1.10.2019 um 15.15 Uhr Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute gibt es eine Folge Wallstars. Ihr wisst Bescheid meine Freunde. Ja, ich glaube diesen Satz sage ich einfach in jeder verdammten Folge, also jeden Tag Leute. Und heute habe ich mir mal wieder was richtig krasses einfallen lassen. Leute, heute gibt es mal ein mega krasses Megabox Opening. Leute, wir werden heute versuchen sieben oder acht verbleibende Gegenstände zu schaffen. Ich möchte einfach mal acht haben. Leute, wir gucken mal ganz kurz, wie es bei den Wallern aussieht. Leute, fünf Stück haben wir schon. Ich habe gerade einmal schön ein paar freigeschaltet. Das heißt, ich habe ein bisschen gezockt. Wie uns fehlt jetzt noch 50 Trophäen nicht mehr ganz. Dann können wir auch die nächste freischalten. Also dann haben wir den nächsten Meilenstein Waller Leute. Und dann ist es endlich so weit. Dann werden wir gleich starten. Aber vorher tun wir jetzt erstmal in den Shop reingucken. Und hier seht ihr Leute, hier haben wir einfach das Willkommenspaket und das Sonderangebot, die Pipa Leute. Wir müssen jetzt die Pipa kaufen, weil Leute, ich werde jetzt das Video ein bisschen vordrehen und später werde ich dann den Rest drehen. Das heißt, morgen früh, weil ich morgen früh keine Zeit, um dieses Video aufzunehmen, aber ich unbedingt die Pipa kaufen will. Weil Leute, wir haben dann einfach die Chance, mehr Gegenstände zu ziehen. Ich glaube kaum, dass wir einfach mal die Pipa ziehen werden. Deswegen habe ich mir überlegt, Leute, wir kaufen die jetzt Let's Go Retail Row und hier haben wir die Pipa. So, da ist sie. Das Ding ist einfach, Leute, umso mehr Waller wir haben, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir was krasses ziehen. Guck mal, wir haben sechs Stück und erst einen einzigen seltenen. Das heißt, Leute, die Wahrscheinlichkeit ist richtig krass, dass wir da sieben oder acht draus ziehen. Wir müssen einfach nur, einfach nur zwei Stück auf einem haben. Und das wäre so krass, Leute. Wir werden gleich noch hier schön den hier freischalten. Dann haben wir sogar sieben, Leute. Sieben Baller. Okay, Leute, ich würde jetzt erstmal sagen, ich spiele jetzt hier noch eine Runde weiter und dann sehen wir uns einfach mal morgen früh in alter Frische wieder. Vielleicht kriegen wir hier einfach noch einen Baller rein, Leute. Das wäre einfach zu krass, wäre das. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen früh wieder. Ist der Nantanheim. So, Freunde, und da befinde ich mich jetzt wieder zurück. Leute, fresh. Wir haben jetzt die 500 Pokale geknackt. Das heißt, wir ziehen jetzt erstmal den nächsten Baller, damit wir heute das Ziel angehen können. Wow, two. Acht Gegenstände. Und so, hier haben wir auch die schöne Jessie. So, jetzt haben wir vier von neun Meilenstein-Baller. Okay. Leute, wir gucken mal ganz kurz in den Shop rein. Ist das was Neues sein? Komm, Leute, hier haben wir die schönen Angebote. Okay, jetzt ist es neu. Vorhin eben stand da der Preis nicht. Warum Glitch oder so? Auf jeden Fall, was kaufen wir jetzt? Gut, Frage. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal das fette Angebot hier. Acht Megaboxen. Okay, ich muss ganz kurz gucken. Sind wir jetzt bereit? Okay, wir haben sieben Baller. Okay, wir können keine Baller mehr im Shop kaufen, glaube ich, oder? Ne, wir können keine mehr kaufen. Leute, doch ein super seltenen. Nehmen wir den jetzt mit oder nicht? Oh, ich weiß nicht. Super selten. Hm. Ist halt die Frage, ne? Ach, scheiß doch, Leute. Wir nehmen den jetzt einfach mit, oder? Ich muss kurz gucken, wie hoch ist denn die Chance, dass wir überhaupt was Team können, was Frisch ist. So, wir gucken mal ganz kurz. Okay, super selten. 1,2. Leute, wir nehmen den jetzt mit. Wir kaufen den jetzt. Und dann wird das Programm hier angegangen. Denn wir müssen heute acht Gegenstände schaffen, Leute. Wir schaffen das heute. Wir schaffen das. So, jetzt haben wir Dackel. Okay, perfekt. So, eins von vier. Wir haben jetzt nicht mehr so viele Gems, Leute. Aber wir haben jetzt einfach acht Baller, Leute. Acht Baller. Oh mein Gott, Leute. Ey, wenn wir das heute wirklich schaffen sollen. Also, ich weiß nicht, ob das klappt. Aber wir haben einfach acht Baller und wir können auch gut Power up ziehen, okay? Leute, seid ihr bereit? Ich bin es. Oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten. Alles klar, wir kaufen jetzt erstmal die erste Megabox. Let's go Retail Row. Okay, Leute. Wir müssen heute acht Gegenstände schaffen. Bitte. Oder sieben. Komm. 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 Fünf. Okay. Das war schon mal nix. So, das heißt, jetzt heißt es, das Angebot hier kaufen. Leute, lasst dafür jetzt schon mal einen fetten Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke und schaut mal auf Instagram vorbei. Ich heiße dort maven-vlog. Blende es hier nochmal ein, Leute. Let's go, Leute. So, Angebot ist gekauft. 22 Euro. So krass. Kauf bestätigen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt genießt einfach acht Megaboxen in Folge und kriegen jetzt mal 2000 Münzen. Die brauchen wir gar nicht. Let's go. Komm. Acht. Sechs. Hm. Okay. Wir ziehen den Scheißboxer. Das ist jetzt gar nicht gut. Den sollten wir nicht ziehen. Okay. Man kann es nicht ändern. Das ist der nächste Vorladen wir jetzt haben. Fünf. Wir brauchen sieben oder acht. Das wäre so krass, Leute. Komm, komm. Jetzt bitte. Sechs. Ziehen den nächsten. Und es ist, bitte. Okay. Wieder ein super seltener. Sehr gut. Das heißt, Leute, es ist noch alles offen. So, let's go. Komm, komm, komm. Gib uns acht. Sechs. Nein. Jetzt darfst kein... Bitte, lass das ein epischer oder so sein. Bitte. Komm. Nein, Digga. Bale. Okay. Leute, es geht weiter. Let's go. Und... Fünf. Na gut. Okay, es ist immer noch alles offen, Leute. Wir können das immer noch schaffen. Komm, bitte. Fünf. Hm. Das war jetzt nix. So, komm. Sechs. Verdammt. Wir ziehen wieder ein. Leute, ab in die Kommentare. Was meint ihr, wer ist das? Bitte, dass das jetzt kein seltener sein. Bitte nicht. Bitte nicht. Okay. Das ist gut. Das ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Das ist ein epischer. Okay, die Kneipenschläger an. Komm, bitte. Komm. Sechs. Nein. Oh mein Gott. Bitte. Wir wollen noch acht. Jetzt kein seltener. Penny. Okay. Das waren jetzt die acht Megaboxen. Hm. Wir gucken mal ganz kurz, wie es jetzt aussieht. So, wir haben 13 Brawler. Alter Schwede. Eigentlich stehen die Chancen immer noch sehr, sehr gut. Wir haben noch gar keinen seltenen, glaube ich. Oder wir gucken mal ganz kurz rein hier. Brawler. Die Boxerin fehlt uns noch. Gott. Ey, klar, mir selten was rede ich da. Doch, super seltene meine ich. Okay. Ich glaube, das war vielleicht auch nicht so schlau, dass wir den gekauft hatten. Den einen. Ne, das war eigentlich nicht so schlau. Okay, Leute. Die Chance ist jetzt echt schwer, aber wir schaffen das. Ich glaube daran. Wir schaffen das. Leute, drückt uns die Daumen. Let's go. Wir kommen in die nächsten Megaboxen. Komm, bitte. Wir wollen acht. Wir wollen acht. So bleiben die Gegenstände. Komm, acht. Bitte. 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 Superstelle, bitte. Gebt uns jetzt acht Leute. Für euch. Für euch. Fünf. Okay. Fünf. 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 Ist erstmal nicht so schlimm. Wir gucken erstmal, wie stehen die Chancen. Alles klar. Auf so einem super selten sind die sehr, sehr hoch. Boah. Auf einem mystischen, epischen, legendär. Ganz niedrig. Ihr seht selber. Let's go. Komm. Jetzt wollen wir sieben oder acht. Komm, komm, komm. Fünf. Fünf. Okay, das macht gar nichts, solange wir es schaffen, die sieben oder acht. Okay, komm. Let's go. Eine Megabox noch. Und dann überlege ich, ob ich noch mehr kaufen soll. Komm. Bitte. Nein. Fünf. Okay, Leute. Das muss weitergehen. So. Wir kaufen das nächste Angebot hier. 549. Ist auch das letzte. Dann habe ich hier fast 50 Euro reingesteckt. Du bist startklar. So, Leute. Letztes Angebot. Puh. Leute. Wir schaffen das jetzt. Komm. Sechs. Warum gebt ihr nicht einfach mal acht? Leute, was meint ihr, was ist drinne? Ich weiß, acht ist sehr, sehr hochgefunden, aber ich habe schon so viele Boxen geöffnet. Ich will auch einfach nochmal acht. Ein einziges Mal. Komm. Die Boxerin. Ich glaube, jetzt wird das nichts mehr. Jetzt sind unsere Chancen gleich gegen Null. Aber wir versuchen es weiter. Fünf. Können jetzt noch ein paar Megaboxen öffnen. So. Das ist schon. Leute, da gibt es ja immer noch ein Paket. Ne, ne. Wir kaufen jetzt keins mehr. Wir ziehen jetzt noch das eine hier. Ich meine die beiden. Los, komm Leute. Wir haben jetzt noch zwei Megaboxen. Zwei Stück. Gucken ganz kurz, wo die Chancen sind. Okay. Super seltenen. Super seltenen. Wir können eh keinen super seltenen Benzin. Wir haben jetzt 14 Brawler. 14 fucking Brawler. Ich glaube, stellt euch mal vor. Wir ziehen jetzt einfach Karl und die Großmutter aus einer Megabox. Oh mein Gott. Das wäre zu krass ey. Okay. Egal Leute. Let's go. Retail. Wow. Nächste Megabox wird gekauft. Leute. Lasst ja für jetzt. Ich will jetzt. Minimum. Keine Ahnung. 2.000 Likes sehen. Schafft ihr das? 2.000 Likes. Komm. Gib uns 7 oder 8 Verblenden in Gegenstände. Komm bitte. Fünf. Wir müssen den jetzt immer anschreien. Dann schaffen wir das. So. Letzte Megabox. Letzte Megabox. Komm. Fünf. Das geht nicht. Das kann es nicht sein. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Leute. Wir kaufen das Angebot auch noch. So Leute. Das sind jetzt wirklich die letzten. Ich bin so süchtig danach. Ich bereue es schon wieder so. Aber naja. Was macht man nicht alles für die Klicks. Kappa. So. Let's go. Komm. Fünf. Okay. So. Wir haben jetzt noch Platz für eine Megabox. Das ist die allerletzte die wir kaufen können. Leute. Bitte. Bitte. Das muss jetzt klappen. Wenn das jetzt nicht klappt sind wir am Arsch. Aber ich glaube nicht. Wir haben einfach schon zu oft Glück gehabt. Bitte. Komm. Sieben und acht. Ich kann nicht hingucken. Und. Fünf. Ja Leute. die Enttäuschung ist groß. Man kann es nicht ändern. Das waren gerade. 50 Euro. Tja. Man kann halt nicht immer Glück haben. Ne. Okay Leute. Ich würde sagen. Das war es mit diesem Video. Wie gesagt. Tut mir leid. Ich hätte es mir auch anders vorgestellt. Aber man kann es sich ändern. Nein. Wir können aber ganz kurz gucken. Wie viele Baller wir jetzt gezogen haben. Okay. Wir haben gezogen. Ihr habt miterlebt. Den scheiß Boxer. Jessie. Poco. Die Boxerin. Okay. Wir zählen mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Neue Baller. Neun Stück. Nicht schlecht. Weißt du was? Wir ziehen jetzt hier auch die letzten. Komm. Da ziehen wir jetzt einen Baller draus. Dann machen wir wenigstens 10 voll. Ich habe jetzt hier Bock da drauf. Bevor ich das Video jetzt hier komplett beende. In der letzten ist jetzt einer drinnen. Aber immer noch eine Gratis Box. Da ist einer drinnen. Komm. Okay. Ist doch keiner drinnen. Ja gut Leute. Ne ne. Wir kaufen jetzt nur noch das Ding. Jetzt ist ihr Feierabend. Komm. Große Box. Let's go. Da ziehen wir jetzt Leon draus Leute. Seid ihr bereit? Ach. Ich hatte noch meinen Maul. Okay Leute. Das war's mit dem Video. Lasst mir immer einen Daumen hoch. Schreibt ehrlich unten in die Kommentare. Was ich als nächstes kaufen soll. Dankeschön. Ciao. Und bis dann Antenne. Ciao Kakaos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.